So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Mario Maker, heute gemeinsam wieder mit German Let's Play, hallo. Hallo. Und heute spielen wir ein Level von German Let's Play, nämlich Last Man Standing, ein Level, was ich mir nie groß angeschaut habe. Ich habe nur mitbekommen, wie Manu gebaut hat, damals, aber angeschaut habe ich es mir dann irgendwie letztendlich nie. Aber wir gehen einfach mal rein. Traurig. Und Manu hat auch schon bestimmt komplett vergessen, wie sein Level aussieht, nach zwei Monaten, deswegen... Ja, drei. Drei. Deswegen, ja, wird ein Spaß. Oh, ich bin feiti. Ich habe kein Level so oft neu hochladen müssen, wie das, weil es immer irgendeinen Bug gab. Und du willst auch sehen, also was heißt Bug, Sachen... Ja, es gab halt Tricks, die man auslösen konnte. Ja, genau. So, hier, geht mal runter, schau mal. Hui. Und dann siehst du hier, welche Bosse dich erwarten. Ah ja. Wohin willst du denn? Ich will das da. Pilz. Ja. Will ich holen? Ja. Oh, ja. Hä? Und warum kann man sich die Plattform hier ausmachen? Das ist so eine Art Reset. Das wirst du schon verstehen, weil jeder Boss eigentlich mit diesen Switches arbeitet. Bum, bum. Ja, doppelbum, bum. Gottes Willen. Ach, den kennst du doch. Äh, ja. Der war in dem anderen Level, aber leichter, ne? Uh, uh. Was geht hier ab? Okay, Maulwürfe. Ich weiß nicht. Ich überlebe einfach hier drüben. Manu macht sein Level schon. Ach, ja. Ich versorge gerade schon. Wir müssen gleich resetten. Wir müssen resetten. Nimm ihn nicht. Warum? Oh. Weil wir willen werfen müssen. Ah, den müssen wir nicht. Den habe ich ja nochmal gepatcht. Schon gut. Oh Gott. Alles gut. So viele Wollwürfe, Manu. Hä? 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 Ich bin tot. Der ist halt. Also. Ja, aber wie setet der sich jetzt überhaupt noch? Ich weiß nicht. Aber ich komme nicht zu dir. Ah, du bist da. Hallo. Ja, weil ich gestorben bin. Schön, wie du direkt zum schwersten Boss gehst. Bittest du um links? Aber stimmt. Ist es wichtig, dass ich das versettet? Ja, eigentlich. Ne, relevant nicht. Aber er wäre dann halt einfacher. Ja, weil der Helm jetzt nicht mehr runterkommt. Achso, weil da oben alles voll ist. Oh. Wollte nicht zum Spawn. Ich verstehe nicht mal, was die Aufgabe ist. Die Aufgabe ist es, die Schell zu nehmen und da hochzuwerfen zu den Gegnern. Hallo? Alter. Ja, komm. Wir machen den eben. Achso. Okay, okay, okay. Einmal schneller. Wo kommen die Maulwürfe? Also, ich habe bisher nur Maulwürfe gesehen. Wo kommen die Schildkröten? Hier, links. Ah, links. Okay. Da. Siehst du? Ja. Wow. Da. Nice. Alter, es ist so schwer. Ich bin ja eigentlich echt froh, dass ich das nicht... Ja, kannst du auch. Da sind Menschen einfach schon sehr unglücklich geworden. Ja, WTF? Warum denn diese Maulwürfe auch unterm Boden? Wie nervig ist das denn? Wofür ist eigentlich der T-Switch? Einmal nur für den Helm. Ja, eigentlich hier oben. Hi. Ah. Hallo? Ah. Okay. So, dann hüpft man hier ganz dumm. Oh, oh. Und dann macht man... Nein! Okay, ja. Du kannst nur eine Panzer, bitte. Ja, bitte. Oh, nice. Ich kann nur in der Mitte überleben. Hilfe. Ich habe das Gefühl, zu zweit ist es hundertmal schwieriger. Ja, natürlich, weil es durcheinander noch ist. Mach mal an. Okay. Danke. Neu steif, komm mal. Ja, da bist du. Okay. So, und jetzt hierhin? Ja. Warten, 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 umbringen. Genau. Aber am besten... Jetzt. Und jetzt simst du den, wirfst den nach oben. Warte. Okay. Überleb, leb, 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 danke. Hallo? Hallo? Ah! Hahaha! Ja! Nein! Ich bin auch tot! Alter! Mann! Das wird ja mal eine Stunde dauert. Das ist nur einer, der ganz tot. Lol. Hilfe! Nein! Hahaha! Ich kann nichts machen! Ich mach den mal! Du kannst dich umdrehen, wenn du Start trinkst. Neustart. Einfach. Ich komm dann gleich. Kann ich den? Nicht einfach da hin? Oh, danke! Ich lebe! Du hast mich befreit! So. Jetzt hab ich die Maulwürfe geblockt. Aber ich muss weiter nach links, damit die Cooper überhaupt spawnen. Okay. Genau. Das ist auch unendlich von den Viechern spawnen. Ja, warum denn nicht? Pass auf. Und dann machst du so. Alter. Ja. Der zu zweit da stehen. Ich sollte rechts vor der Röhre stehen bleiben. Ich hab wieder Schaden gemacht. Ich bin tot. Ich bin da. Och. Lebe einfach. Als ob die sich gegenseitig da hochgeboostet haben. Ich weiß nicht mal. Ich glaub, der heilt sich sogar, wenn wir weggehen. Glaubst du? Also wirf einmal hoch, dann wissen wir es ja. Ja. Wenn es mal treffen würde. Ich bin tot. Mach was. Leb. Leb. Leb deinen Traum. Leb deinen. Denn er wird da. Ich leb, ich leb, ich leb. Hast du damit gemacht? Ja. Okay, gut. Ich. Gut. Okay, dann übernehme ich jetzt die Mitte. Dann höp ich jetzt hier. Meine heilige Aufgabe. Alter. Ah. Wie schon mal, nur zu mir erst mal. Ja. Ja. Nein. Ein Treffer noch. Leb. Leb, 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 leb. Nein, warum bauen sie sich so viel? Ja, warum bauen wir? Wie viele das sind. Die Zeit läuft gleich aus. Oh. Und hier kann man nicht ein Checkpoint laden. Also wir müssen alle vier eine Zeit schaffen. Wie, man kann keine Checkpoints? Also, wenn die Zeit aus ist, ist das Level vorbei. Als ob. Kannst du, lad mal neu einmal. Äh, Neustart für alle, musst du auch warten. Auf Start. Äh. Die weiße Sprechblase. Ja. Ja, hey, willkommen in meinem Level. Ah. Direkt spieg mal runter. Okay. Und dann geht man erst mal. Hast du ein Pilz? Ja. Hier zu dem Boss. Okay, gehen wir erst zum Clown, Ska. Ja. Zack. Was, wenn ich da einfach runterglitte bei dem Wolken? Da bringt dir nichts. Oh. Oh Gott, ich hab... Nein, der bringt mich um. Oh. Was machen wir hier? Warte, ich zeig's dir, okay? Lass mich... Nein, ich bin tot. Da musst du einmal springen. Da passiert was. Verarscht. Du bist tot. Ja, da war ein Trump, aber der hat nichts gemacht. Genau, genau. Doch, doch. Hat er. Kann der Wolken kaputt machen? Ja, ja. Jetzt aber. Wey. Als ob der Wolken kaputt machen kann. Ja, du kannst hier auf K rumstehen. Kann das Feuerding ein B tun? Ja, das killt einen. Nein, aber wenn man steht, meine ich. Hallo. Geh doch weg. Ja, du hast gesagt, ich sage, ah, warum schimpfst du mich da rein? Ja, wirf mich hoch. Spring mit mir. Ja, okay, jetzt. Jetzt. Ja, nein. Oh Gott. Okay, warte, warte, warte. Verlebe dich wieder. Achte. Er ist tot. Nein. Woo. Wir haben es geschafft. Zombie. Bitte, da jetzt nicht mehr drin ist, ne? Die Wolken sind weg. Ah. Ich bin auch tot. Ich bin aber instant im Hammer gelandet. Ah, ja, ja. Okay, okay. Ich warte hier. Hallo. Bring ihn um. Hüpf. Ja, ja. Und jetzt stell links. Ich habe ihn gehüpft. Ja, danke. So, und jetzt kann man hier dran vorbei. Mario. Und jetzt haben wir eine Münze. Eine Münze. Ein Boss haben wir besiegt. Okay. Komisches Türsystem, aber ich hinterfrag's mal nicht. Ne, muss man. Für Checkety Pointy. Und... Willst du mal zum nervigsten Boss? Dann nimmt man den hier. Dann nimmt man den Pilz und dann gehen wir zum nervigsten Boss. Das bringt ja nichts. Den hast du mir, glaube ich, gezeigt sogar beim Bauen noch. Weil das deiner ist. Meiner? Es ist deiner. Ach, nee, ach, nee. Nee, nee, Moment. Der kommt noch. Dö, 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 dö. Das war doch da, wo man den Schalter rechtzeitig umlegen muss. Ja, genau. Probier mal. Wo ist der Schalter? Mal gucken, wann du tiltest. Wo ist der Schuss? Ach, da. Da. Und, macht's Spaß? Ja. Warum hüpft es nicht da drauf? Ja, weil du scheinbar was falsch machst. Ah, du musst erst blau sein. Ja. Ja, schade. Aber richtig. Warum kommt es nicht genau so, dass es... Ja, du musst dich dagegen wehren. Ja. Ja, 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 perfekt. Nein. Ach so, es soll übers Blaue gehen. Doch, es doch. Ich dachte, es soll unten drauf baußen. Nee, 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 nee. Das war perfekt. Und zack. Okay, sehr schön. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Nein. Alter, du hast einen Helm bekommen. Lol, danke. Ja, ja, ja. Ja, 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 perfekt. Ey, jetzt raus. Warte, ich helfe dir. Ich kann den noch weiterkicken. Lol. Nimm auch einen. Nicht töten. Okay. Okay, also muss ich... Wo will der... Achso, der soll einfach auf den Boss fallen. Dreimal. Genau. Ja. Oh, der war gut. Oh. Oh, 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 oh. Das Timing. Und jetzt? Lass ihn einfach. Genau. Nein, du hast... Perfekt. Hä, hä, hä. Oh, ja. Ja, sehr schön. Aber gar nichts mehr drücken, glaube ich. Doch, du musst drücken. Aua. 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 Müssen wir loswerden, sonst war kein Neuer, oder? Das stimmt. Ja. Was machen wir hier? Ja. Das stört. So, ich zeige es dir. Hä? Ist er... War der noch da? Ja, der lag da unten. Achso. Ey, doch auf. Wollte ich mitmachen. Nein. Och, Mann. Wow. Och, Mann. Ja, wow. Drei Monate her, ja. Also. Oh, das war falsch. War perfekt. Lass mich... War perfekt. Jetzt aber. Achte. Achte jetzt, genau. Komm. Nein, was machst du denn? Ich mache ihn jetzt einfach konsequent kaputt. Da. Woo. Nice. Danke. Du mach ruhig, du hast ihn noch nie getroffen, ja? Da, perfekt. Ich war schon mal da. Oh, ich drück gar nichts. Mist. Übrigens, das sollte eigentlich was ganz anderes werden, ne? Ich wollte Ping-Pong hier machen, aber das geht gar nicht in der Mario-Version. Und dann ist das hier entstanden, diese Hölle. Ja, nein! Wieso schaffst du es immer bis dahin und drückst dann nicht nochmal? Keine Ahnung, weil ich Angst habe. Hallo? Könntest du die mal wegmachen jetzt? Wir haben keine Zeit. Ja. Okay. Wir haben drei Treffer in 60 Sekunden. Ja, normalerweise schaffe ich das. Aber nicht unter diesem Druck. Das ist unglaublich. Es ist jedes Mal so, dass es sich genau da umstellt. Ja. Man kann aber auch sagen, pass auf, wenn wir jetzt ein bisschen weiter runter gehen, dass Timing sich ändert. Dann ist wirklich alles anders. Weißt du jetzt zwar nicht, ob das... Ist es so viel besser? Ja. Ja. Oh mein Gott. Ist so viel besser. Okay, also ist das Timing auch immer unterschiedlich. Ich muss mal Glück haben, ein gutes Timing zu erwischen. Fünf Sekunden noch, Manu! Schnell! Oh, warte, ich schaff's noch. Warte, jetzt gleich. Er kommt. Vielleicht haben wir einen Treffer. Wetten wir, wenn wir jetzt da hingehen, habe ich's instant. Wetten wir um 1000 Euro. Hallo? 1000 Euro für mich. Oh. Dann gehen wir zu deinem Boss. Ach, bin ich ins Falsche gegangen? Ja. Oh. Hallo? Ey. Och Mann. Oh, pass auf, da kommt er. Oh nein. Oh. Oh je. Oh Gott. Ja. Komm wieder bei mir. Komm. Warum nicht? Das ist größer als meiner. Ja. Ja. Oh ja. Ich. Du? Wow. Da kam er gerade. Wir hätten's geschafft. Ja, hallo. Was ist, wenn ich hier warte? Gar nichts. Du siehst du, es passiert nichts. Der kommt erst mit, wenn du unten was aktivierst. Ja, du kannst jetzt warten, klar. Weil das nicht auf Korb ausgelegt ist. Jetzt komm da. Weißt du, man muss erst den Schalter aktivieren da unten. Ja, geschafft. Okay. Kommst du? Ich hab Angst, dass ich genau drauf falle. Nee, nee. Komm, rechts. Rechts. Ah, ja. Schön. Aber der ist doppelt so hoch wie meiner. Belieb dich, belieb dich. Hallo. Ah. Du bist durchgelaufen. Nein, nein. Ah. Warum ist der so hoch? Ich hatte mein Extra nicht so hoch gemacht. Ja, ja, klar. Meiner ist halt besonders. Also kein Wunder, dass das nur irgendwie 0,20% geschafft haben. Kein Wunder, dass ich das nie gespielt hab. Was soll das denn heißen? Also alleine ist es eine andere Erfahrung. Also jetzt hier, als die zwei drum zu. Guck mal, Köln. Aua. Ja. Da passiert nicht sowas. Oh, oh. Belieb dich. Warum beliebst du dich nicht? Ich wollte gerade, aber dann warst du weg. Ja. Und wie gefällt dir das bisher? Ich bin froh, es nicht gespielt zu haben bisher. Oh, wir sind so gut. Okay, den kriegen wir hin. Das ist unsere finale Challenge. Ja, aber wir waren noch nicht mal beim letzten, oder? Warte. Nein, nein, ich bin schon. Er ist doch da. Cool. Ich hol. Hol ihn. Ich warte auf dich kurz. Oh Gott. Oh Gott. Ich schnappe dir. Hä? Ich bin. Ich bring ihn rum. Oh, ich hab den Frauen drüber geschafft. Einmal. Ja, hey. Zum ersten Mal, nice. Und? Ja. Ja. Ab zum. Ne, Moment, den kennen wir ja. Du weißt, wir kennen alle, ne? Wir haben alle gesehen, alle vier Stück, ne? Aber, warum passiert nichts? Ach, weil ich nicht du bin, sondern andersrum. Okay. Hä, was soll denn passieren? Ne, ne, schon gut. Ich war ja gerade, ich dachte, ich wäre Luigi. Ne, geht doch. Ja. 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 Okay, ein Treffer, ein Treffer, dann hab ich's geschafft. Warum? Man muss sich drücken. Ich kann nicht nach unten rechts und nach oben links gleichzeitig gucken. Ich wurde nicht mit diesen Augen geboren. Jetzt. Und? Wow, 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 wow. Au. Schön. Einfach nichts machen. Ich hab ihn besiegt. Okay, okay, gut. Aber nichts machen. Genieß es. Er ist euch gekommen. Nichts, nichts nicht machen. Ja, ja. Ja. Du bringst ihn um. Okay, jetzt gewinnen wir. Oh mein Gott, bist du talentiert. Danke. Au. Autschi, ich hab mich umgebracht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hi. Hallo, warum hast du's kaputt? Du Monster. Ah, der war schön. Okay, ja, 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 ja. Das wird ein Treffer, das wird ein Treffer. Oh. Und jetzt noch einmal. Okay, first try. Okay, der kam durch, da konnte ich nichts machen. Auf. Wochen? Du musst ja eh nichts mehr machen. Ich gewinn. Du hast es kaputt gemacht. Nein. Ach man, ey. Ich will nur Druck ausüben. Wenn du das kaputt machst. Ja, dass die Zeit knapp wird. Aber wie dumm ist denn das, dass das Timing immer unterschiedlich ist. Dass man manchmal einfach nur dastehen muss für die Treffer. Ja, dafür kann ich nichts. Schlechter Levelbauer. Ah. Oh, das Ziel. Wir haben es erreicht. Ja. Und jetzt noch ganz schön die beiden anderen Bosse. Welche anderen Bosse? Ich bin im Ziel. Nein, bist du nicht. Weltrekord. Als ob. Ein Day? Warum denn nur ein Day? Ich bin gespannt, was ich da rausschneide. Also ich, ich werde wirklich nach dem Weltrekord. Ich mache da, versuche das irgendwie so hinzuschneiden, wie der nicht im Weltrekord. Was will ich? Ich mache gerade nur den Boss, für den 60 Sekunden. Geh du zum anderen Boss. Ey, wenn du denn jetzt schaffst, das wäre das Comeback des Jahres. Okay. Nicht auf Kasch stehen bleiben. Nein, nein, nein. Ich gehe zu dem nervigen Nervboss. Aber mit dem Pilz. Nervigen, der ist einfach mega. Ja gut, mit dem Panzer auf dem Kopf kann er möglich sein. Kann mir ja bisher nur... Ja, du darfst einfach, du musst wirklich die Ruhe bewahren. Du musst dich kaum bewegen. Ich bin tot. Wo kommt mein Panzer? Da kommt immer noch keiner. Besonders, ich muss dich jetzt sechsmal treffen. In 30 Sekunden. Ja. Also ich schaffe mal noch. Okay. Okay, und... Ah. Hä? Ah, bitte! Ich gewinne. Nein. Hol ihn, hol ihn. Ich komme nicht durch. Doch, du musst springen. Ich muss springen. Oh. Du miese Schwein. Ja, misst du hier. Sein Abger... Als ob man jetzt wieder von vorne anfangen müsste. Das glaube ich... Oh mein Gott. Also wer das im Koop schafft, ne? Ja gut, also wenn vier Leute spielen und alle gehen zu einem anderen Boss. Ja, stimmt. Ja, warte, pass mal auf. Komm mal zu dem Boss nach unten links. Hallo. Ach, hallo. So, pass auf. Ja? Ich opfer mich. Ihm bleibt da. Oh. Du solltest doch da bleiben. Warum? Das hätte ich dir ja dann verraten. Bleib da, bleib da. Beruhig dich. Beruhig dich. Eine geheime Brücke. Ah, das war es schon. Ach so. Eine geheime Brücke. Okay. Ja, pass auf. Nein! Ne, 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 ne. Es ist immer so knapp, dass es eigentlich gar nicht geht. Genau, danke. Genau, den wollte ich. Ja, aber ist es machbar? Ja. Und super stressig. Hat er sich jemand gefunden? Ne. Kein einziger. Sehr verständlich. Alter! Oh, oh, danke. Und? Oh Gott, ich falle einfach so schon runter. Hilfe. Hallo? War es hier rechts? Ah, da war es. Okay. Oh, der war auch ein Yoshi. Da war dann nur einer. Aber wo ist... Hol den, hol den mal den Yoshi. Okay. Ja, Junge. Ich komm nicht mal hoch, wenn die Blöcke da wären. Hallo? Hallo. Waren sie da? Sterben. Das Timing ist gerade richtig ekelhaft. Du kannst unten den Panzer doch rausnehmen, oder? Ja. Ach, stimmt. Das habe ich getan. Danke, dass du sagst. Ich aktiviere jetzt mal diesen einen Block, der da fehlt. Ich schaff den, Boss. Ist doch wann mal viel einfacher. Komisch. Ups. Alter. Ja, ich habe Import-Delay einfach im Online-Modus. Ich komme mir überhaupt nicht drauf klar. Warte. Hier, nimm ihn. Ich hole... Hallo? Hallo? Ich will mir meinen Yoshi verdienen. Alter. Was ist das? Ich bin komplett so hochgeklettert gerade. So, und wie war das dann? Warte mal. Jetzt müssen wir... Lass mich kurz überlegen. Ja, genau. Okay. Och, ist das lange her. Stimmt, ich habe das geändert. Der müsste hier über uns sein. Oben links. Du hast so einen versucht, weil da unten stirbst du. Oder du... Du bringst mich da hin. Was denn? Oh Gott, dein Helm drückt mich seitlich weg. So. Du hast immer einen Block. Nein! Kommt man da mit dem Yoshi nur ran, oder? Genau, ja. Ich muss dich ja mit dem Yoshi nur rumschießen. Genau. Genau. Ja, ja. Ja. Schlüssel. Hast du? Ja? Jetzt hast du einen Schlüssel. Jetzt gehen wir wieder... Nicht sterben. Ja. Jetzt müssen wir zum anderen Boss. Warte, wir sind gerade. Bei welchem Boss sind wir? Ja, bei dem... Mit dem Feuer... Fahrzeug. Ja, genau. Da müssen wir rein. Den müssen wir machen. Den kannst du jetzt warnen. Du kannst das Feuer essen. Genau. Und drauf ihn spucken. Ja. Genau. Yoshi musst du wegwerfen. Gut gemacht. Lass mich doch einfach kurz raus. Nein, bitte. Lass mich doch einfach kurz raus. Wir haben nur eine Minute. Ja, leben. Ich habe Yoshi bis zur Ranke gebracht. Ja. Aber er kann nicht klettern. Jetzt kann man das hier öffnen. Ah, ne, du kannst es nur öffnen. Stimmt hier. Ja, lass mich rein. Ja, und da ist dann eigentlich das Ziel. Ihr habt es geschafft? Ich bin tot. Leben! Als ob ich Manus' Level geschafft habe. Easy. Ey. Weltrekord. Weltrekord schon wieder. Ja, cool, dass es so einen Geheimtrick gibt bei deinem Level. Ja. Und drei Monate nach Release kannst du den ja mal verraten. Eigentlich geht der ganz anders. Normalerweise hätte man sich nach ganz links katapultieren müssen. Auf die Ebene da, wo der nervige Boss ist. Ja. Und dann schießt du dich noch drei, viermal mit dem Yoshi hoch und musst dann wieder den ganzen Weg zurück. Aber das war mir zu nervig. Warte mal. Also hattest du keinen Bock, deine vier Bosse selber am Stück zu schaffen? Ja. Ja, genau. Ich habe, nein, pass auf, warte. Ja, du hast es schon öfter. Ich habe das irgendwie fünfmal oder so geschafft. Aber dann, dann war es vorbei. Also, ich habe das so oft gespielt. Ja, ist verständlich. Alter, die Winrate von dem Level wird jetzt hochgehen. Äh. Du bist doch schon hundertmal gestorben, ohne dass du den überhaupt aktivieren musstest. Aber ich habe es runtergeladen. Ich glaube, das zählt eh nicht zu deinen Stats. Ah. Jo. Das war es mit der Special-Folge. Wir schauen uns Manus Level an. Ich hoffe, ihr habt etwas von zusehen. Schaut doch bei GLP vorbei. Da gibt es die Tage auch wieder Mario Maker. Hat mir auch eine sehr lustige Folge aufgenommen. Und bis dann. Euer Zimmelmann. Jaguar. Ich hoffe, ihr habt es. Ich habe es ein Schuss mitzuhINE. Dann geht es. Ich bin ein Schuss mitzuhren. Ja, es geht es. Ich habe ein Schuss mitzuhren. Ich habe ein Schuss mitzuhren. Ich habe es mitzuhren. Ich habe es mitzuhrenkt. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018